House of the Dragon Folge 5 ist da. Das sollte die letzte Folge sein, wo wir noch die jüngeren Schauspieler von Alicent und Rhaenyra haben. Deswegen war das eine besondere Folge, möchte man meinen. Und wie auch eingetreten, oder besser gesagt von mir prophezeit, ist es eingetreten, dass wir ein kleines Mid-Season-Finale hatten. Besonders, da er jetzt höchstwahrscheinlich ein ziemlich großer Zeitsprung folgt. Ich schätze mal, dieser Zeitsprung wird so 10 bis 15 Jahre betragen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann mit den älteren Schauspielern weitergeht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erst mal das an, was wir jetzt noch mit den Jüngeren hatten und was sie uns in dieser Folge noch so alles gegeben haben. Deswegen, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann würde ich mich sehr über Unterstützung freuen in Form eines Abos oder Likes. Das ist mir persönlich gleich. Aber sonst, ihr kennt das Ganze eh. Spoiler und so weiter. Blabla. Also, fangen wir an. Das Intro hat sich nach wie vor nicht grundlegend verändert, abgesehen davon, dass von diesem Punkt, der Alicent repräsentiert im Bereich der Hohenturms, gehen jetzt zwei Striche aus, die für ihre Kinder Aegon und Helena stehen. Obwohl Helena nach wie vor noch nicht offiziell benannt wurde. Aber wir können uns, denke ich, recht sicher sein, dass es sich hierbei um Helena Targaryen handelt. Dann beginnt auch schon die erste Szene. Wir befinden uns im Grünen Tal und wir haben keine Ahnung, wie lange die Ereignisse der letzten Folge her sind. Also, es scheint kein allzu großer Zeitsprung gewesen zu sein. Warum, das sage ich gleich. Und wir sind, wie schon gesagt, im Grünen Tal, aber nicht irgendwo im Grünen Tal, sondern in Runenstein. Und wir sehen Rhea Royce. Das hätte ich persönlich nicht gedacht, dass die uns gezeigt wird. Und ja, ich finde, sie hat ein bisschen mehr Charakter gekriegt als im Buch, weil im Buch war sie halt wirklich nur eine Fußnote. Und die Szene ist zwar recht kurz, aber sie hat trotzdem ein bisschen Charakterisierung bekommen. Und warum ist die Szene kurz? Ganz einfach, sie reitet mit ihrem Pferd aus, möchte was jagen. Und das alleine. Und auf ihrem, ich schätze mal, Rückritt Richtung Runenstein, steht da einfach mal so den Montagarian auf der Straße. Gekleidet wie ein ordinärer Schurke. Und er verhält sich auch wie ein ordinärer Schurke, tut was Dämon so tut. Und Rhea provoziert ihn ganz schön und provoziert ihn mit seinen Ansprüchen auf den Thron. Und dass er ihre, dass sie scheinbar seine Floskeln kennt, von wegen die Schafe im Grünen Tal seien schöner als die Menschen. Und dass die Schafe williger zur Koopulierung seien als die Frauen, was Rhea auch gegen ihn verwendet. Und dass sie keine Lust hat, die Ehe zu vollziehen. Und ja, was macht Dämon? Dämon erschreckt erst mal ihr Pferd, bringt es dazu, sie abzuschmeißen und sie wahrscheinlich querschnitts zu lähmen. Und ja, dann provoziert sie ihn weiter und er zerschlägt ihr höchstwahrscheinlich den Kopf mit einem Stein. Einfach mal so seine eigene Ehefrau umbringen. Also, ja, das ist eine interessante Opening-Szene für diese Folge. Hätte ich persönlich nicht mitgerechnet. Hat mich ganz schön überrascht. Und ja, das war's mit Rhea Royce. Ihre Screentime hat, glaube ich, kaum fünf Minuten betragen. Aber ja, wir wechseln direkt die Szene zu einem Boot, oder Schiff besser gesagt, und zwar zum königlichen Targaryen-Schiff, wo uns gezeigt wird, dass Viserys nicht nur körperlich total am Arsch ist, sondern er ist auch noch krank, nämlich seekrank. Aber eine wichtige Sache erfahren wir in dieser Szene, und zwar, dass Lord Lionel Kraft die neue Hand des Königs ist, als Absetzung für Otto Hohenturm. Das hatte ich ja letzte Folgenbesprechung schon angesprochen, dass es höchstwahrscheinlich Lionel Kraft wird. War nämlich in den Büchern auch so. Und warum sollte es hier anders sein? Lord Kraft hat sich den Titel ja auch durchaus verdient. Er ist ja immer ein guter Ratgeber gewesen. Augenscheinlich ist ihr Ziel die Insel Driftmark, beziehungsweise die Burg oder Schloss Hochflut. Ich weiß nicht, ob man das als Burg oder Schloss bezeichnen kann. Deswegen jedenfalls ist das deren Ziel. Währenddessen in Königsmund verabschiedet sich Otto Hohenturm von Alicent, seiner Tochter. Sie sind nach wie vor sehr distanziert voneinander und haben ein sehr geschäftliches Verhältnis, würde ich das mal nennen. Es kommt mir nicht vor, als würden dort Vater und Tochter miteinander sprechen, sondern höchstens zwei Business-Bekannte. Und Alicent ist von dem Ganzen, was letzte Folge passiert ist, nach wie vor total durcheinander. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Und Otto erklärt ihr natürlich, dass Rhaenyra, wenn sie den Thronanspruch durchsetzen will und diesen auch verteidigen möchte, dass sie dadurch nicht an Alicents Kindern vorbeikommt. Er sagt ihr, dass das Reich Rhaenyras Anspruch nicht anerkennen wird, dass darum Krieg geführt werden wird und so weiter. Und er sagt ihr halt auch sinngemäß, dass sie sich entweder zwischen Aegon oder Rhaenyra entscheiden muss. Sprich, er zwingt sie quasi zu wählen. Und Alicents Verhältnis mit Rhaenyra ist, glaube ich, spätestens mit dieser Szene vollständig zerstört. Und ab hier ist quasi so der Point of No Return. Und als die Szene so abschließt oder Otto wegreitet, sieht man auch, dass Alicent wieder in ihren Fingernägeln kaut, was sie ja immer macht, wenn sie nervös ist oder nicht weiter weiß. Zurück zu Driftmark. Und hier haben wir erst mal einen schönen Whiteshot von der ganzen Region. Und ich muss direkt mal fragen, haben die Driftmark auf Mont Saint-Michel gedreht? Weil ganz ehrlich, diese Szene, das hat mich schon... Also Driftmark erinnert schon, beziehungsweise die Burghochflut, die erinnert schon sehr stark an Mont Saint-Michel. Also jetzt for real. Ich war zwar noch nicht in Mont Saint-Michel, aber die Bilder sind ja sehr bekannt von dieser Klosterstadt. Mit diesem Berg und diesem Graben. Oder naja, gut, Graben kann man das nicht nennen. Die Burg ist ja auf so einer kleinen Insel gelegen, die immer bei Flut und Ebbe unterschiedlich aussieht. Wo halt die Gezeiten... Wo mit den Gezeiten gespielt wird. Deswegen finde ich das sehr interessant, das hier als Drehort zu wählen. Wenn es denn der Drehort war. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und hier kommen wir auch zu meinem Problem. Ich würde das eher als Schloss betiteln und nicht als Burg, weil es hat keine Mauer. Und wie wir alle wissen, jede Burg hat eine Mauer. Jede gute zumindest. Lennor Velaryon ist gerade im Hof der Burg am Üben. Und zwar mit Sir Gottfried Lonnmond, dem Ritter der Küsse, wie man ihn nennt. Sagt er selber später auch noch. Aber erst einmal ist natürlich Viserys Ankunft zugegen. Oder beziehungsweise es wird erst einmal erwartet, dass Lord Corlys seinen König würdevollen Empfang nimmt. Viserys interessiert das nicht mehr ganz. Und er gibt sich so ein bisschen seiner körperlichen Schwäche hin und juckt sich nicht mehr für große Empfänge und so weiter. Und er, ja, sagen wir es so, er möchte das einfach hinter sich bringen und hat keinen Bock mehr auf das Ganze drumherum. Und dann kommen wir tatsächlich zu meiner Ansicht nach schon der besten Szene der Folge. Und zwar Alicent ist im Götterhain in Königsmund. Es schneidet immer so hin und her. Und mit ihr in diesem Garten ist Larys Kraft, der jüngere Sohn von Lord Lionel Kraft. Und er begutachtet eine Pflanze namens Malven. Und ich komme nicht drumrum, dass er, als er über diese Pflanze spricht, sie so ein bisschen mit Alicent vergleicht. Wenn man das Wort Pflanze durch Frau oder durch Alicent ersetzt, würde das genauso gut Sinn ergeben. Von wegen, diese Pflanze sollte hier eigentlich nicht gedeihen. Und von wegen, Alicent hat ein viel zu gutes Wesen für dieses Spiel aus Intrigen und das Spiel um den Thron an sich. Und dieses Kindergebären, das passt alles nicht zu ihr. Und das wundert Larys halt. Deswegen, das ist so, es ist eine schöne Umschreibung. Und das ist auch so, die Szene hat mich mich wirklich in Larys Kraft verlieben lassen, weil ich kenne ihn ja aus den Büchern schon. Und sagen wir es so, er ist noch schleimiger als Littlefinger und er kann noch besser manipulieren als Tywin Lannister und Margaery. Was als nächstes kommt, ist auch schon wieder so ein kleiner Meisterstreich. Larys sagt zu Alicent, dass sich wohl angeblich Rhaenyra nicht wohl fühlt und von wegen, dass er wohl von diesem Tee weiß, dem Großmeister Melos, ihr gegeben hat. Er verpackt es aber so, als hätte er keine Ahnung davon und würde die Königin eher fragen, wie es Rhaenyra so geht und was sie so für Probleme hat und dass sie scheinbar krank ist, weist jedoch gleichzeitig Alicent darauf hin, dass Melos ihr eben diesen Tee gab, weil das wusste Alicent ja vorher noch nicht. Weil ich mich jetzt natürlich frage, arbeiten Großmeister Melos und Larys Kraft zusammen? Weil wir haben es ja gesehen, Larys Kraft war in dieser Szene nicht anwesend, sprich, irgendwoher muss er das ja gesehen haben oder gehört haben. Wie er ja schon selber sagt, jemand, der selten aufgefordert wird, zu sprechen, lernt stattdessen zu beobachten oder zuzuhören. Und ja, ich kann nur sagen, Larys Kraft wählt seine Worte sehr weise, sehr, sehr weise und reden kann er definitiv und ich hoffe, er wird der Intrigenmeister, der er auch in den Büchern war. Aber zurück zu Driftmark. Dort empfängt Corlys Velaryon, Viserys, in seinem Thronsaal, kann man das, denke ich, nennen. Die Symbolik ist hier natürlich, dass er sich sehr viel später aus dem Thron erhebt, als er sollte. Und er steht über dem König, er ist deutlich mächtiger als der König und ich glaube, Corlys Velaryon ist sogar älter als Viserys und trotzdem erfreut er sich bester Gesundheit, weil er wahrscheinlich ein sehr viel abenteuerlicheres Leben führt als Viserys. Und kurz vorher sehen wir noch eine schöne Wandmalerei von einem Schiff, in der, ich glaube, sie haben es Halle der Neuen genannt. Ich weiß nicht genau, warum die so heißt, aber es könnte symbolisch oder als Name für die neuen Herren von Driftmark stehen, die vor Corlys Velaryon kamen. Ich glaube nämlich, dass das ungefähr hinkommen müsste mit der Zeit seit Aegon dem Eroberer. Aber die Wandmalerei, die hinter diesen Skelettköpfen da steht, ist von einem Schiff und es würde mich nicht wundern, wenn das hier eine Wandmalerei von Corlys Velaryons Schiff, der Seeschlange, so heißt das, ist. Von diesem Schiff hat er ja auch seinen Namen und Burg Hochflut hat er ja im Prinzip auch selbst erbaut. Also diese ganze Burg hier, die entstand, soweit ich weiß, ausschließlich in Lord Corlys Lebenszeit. Ja, und kurz darauf kommt natürlich auch schon die Gattin von Corlys dazu, Rhaenys Targaryen. Und sie trifft den Nagel direkt auf den Kopf und fasst Viserys Hand genau dort an, wo ihm die Finger fehlen und merkt direkt, dass es ihm nicht gut geht. Zuerst dann mal reden sie über Rhea Royce und ihr Verscheiden, aber das ist nicht so wichtig für Viserys. Und dann geht's auch schon ans Wichtige. Und zwar ist es diesmal Viserys, der die Ehe vorschlägt. Wie es Rhaenys später sagt, er kommt zu Corlys und fragt die Ehe an. Und Corlys fragt seinerseits auch etwas an, nämlich fragt er den König, wie das denn nun mit der Erbfolge ist. Wenn Laenor jetzt Rhaenyra heiratet, wird er dann König? Werden die Kinder von den beiden den Namen Velaryon tragen? Corlys ist eindeutig wichtig, dass die Nachkommen der Tradition nach seinen Namen tragen und dann eben die Velaryons auf dem Thron säßen. Und das ist die einfachste Möglichkeit dazu. Und jetzt kommt etwas, was in den Büchern seinerseits nicht vorkam. Viserys schlägt nämlich einen Kompromiss vor, dass die Kinder von Laenor und Rhaenyra, sollte es welche geben, bei ihrer Geburt den Namen Velaryon tragen, aber sobald eines dieser Kinder oder das älteste davon den eisernen Thron besteigt, sollen sie den Namen Targaryen annehmen. Und das, darauf lässt sich Lord Corlys auch ein. Gleichsam spazieren Rhaenyra und Laenor am Strand von Hochflut entlang, wo gerade scheinbar Ebbe ist. Und sie sprechen natürlich hinter verschlossenen Worten über ihre Vorlieben und gehen eine Art Abkommen ein, von wegen, dass sie beide während ihrer Ehe ihre Vorlieben nicht verlieren werden oder sie nicht aufgeben werden und sie beide weiterhin diejenigen, mit denjenigen kooperieren werden, mit denen sie es für richtig halten. Und ja, darauf geht Laenor ein, weil wir wissen, es ist erst eine Szene später, aber Laenor zieht Männer den Frauen vor im Bett. Und ja, deswegen ist das, das scheint Rhaenyra bekannt zu sein, deswegen ist es für sie eben wichtig, das Ganze vorher auszumachen, weil sie ihm das natürlich nicht unrecht machen möchte. Darauf kommt die Szene, die ich gerade meinte, wo Rhaen es Viserys schwach nennt, weil er zu Corlys kam und ihn nicht zu sich berufen hat. Und sie ist sich eindeutig der Schwäche von ihrem Cousin bewusst und Renes zeigt, dass die Sache mit dem eisernen Thron für sie abgeschlossen ist und sie sagt auch, Corlys sagt ja auch erst mal so, man hätte ihr die Krone geraubt und Renes sagt, sie hat die Krone nie getragen, also konnte man ihr auch nicht rauben. Aber sie findet nichts mehr daran, sie hat damit abgeschlossen und sie sie möchte den Thron gar nicht mehr. Corlys hingegen ist fest entschlossen für das Thronrecht Rhaenyras und das der zukünftigen Kinder mit Laenor zu kämpfen. Und ich kann schon mal sagen, wir werden in den nächsten Folgen höchstwahrscheinlich auch die Kinder von Rhaenyra sehen und höchstwahrscheinlich wird Corlys Entschlossenheit mit diesen ganzen Kindern nur größer werden. Ja, kurz und dann sehen wir auch schon mit wem Laenor die Zeit verbringt, nämlich mit Gottfried Lonnmund und er und Laenor, die lamentieren so ein bisschen über die Zukunft. Die Szene ist eigentlich nur dafür da, uns zu zeigen, wer denn der Lover von Laenor ist. Ist an sich nicht so wichtig. Weiter geht es mit der Rückfahrt von Driftmark bereits und Rhaenyra und Sekriston Kraut reden schon früh morgens auf dem Schiff miteinander. Christon hat an sich ein ganz herzliches Gespräch mit ihr und schlägt ihr vor, schlägt ihr etwas sehr Interessantes vor, wenn ich das mal so sagen kann. Und zwar schlägt er ihr vor, mit ihr nach Essos zu gehen, ein Schiff zu nehmen, ein Handelsschiff, ihr nach Essos zu gehen und ihn zu heiraten. Für den Vergleich in den Büchern war es nie so richtig klar, wer jetzt wen abgewiesen hat oder wer die Liebe von wem abgewiesen hat. Und hier kommt natürlich auch nochmal das Zitat von Meester Aemon rein. Liebe ist der Pflicht der Tod und Pflicht ist der Tod der Liebe. Und Rhaenyra entscheidet sich hier für die Pflicht, was Sekriston natürlich nicht gefällt. Sekriston ist dann natürlich, sie sagt von wegen, dass sie weiterhin natürlich mit Sekriston schlafen möchte und so weiter und dass sie ihn trotzdem liebt, auch wenn sie Laenor heiraten soll. Naja, Christon ist nicht so begeistert davon und er hat so ein bisschen das Gefühl, dass Rhaenyra ihn als männliche Hure halten möchte. Was ein valider Punkt ist, das stimmt schon irgendwo. Und hier kommt jetzt was, was interessant ist. Rhaenyra erzählt halt von wegen die Targaryen-Dynastie, so mit Aegon dem Eroberer angefangen und so weiter. Aber sie war kurz davor, bevor Kriston Kraut weggegangen ist, war sie kurz davor, ihm das Geheimnis des Liedes von Eis und Feuer anzuvertrauen, was ihr Viserys ja immer wieder anvertraut hat. Und ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich, warum. Warum war sie kurz davor, ihm das zu sagen? War das, um ihr Vertrauen und ihre Liebe zu bestärken oder zu zu untermalen, dass sie Sekriston wirklich sehr schätzt oder so, aber ich finde, das hätte man auch anders regeln können. Aber naja, es ist nicht so wichtig, sie hat es ihm ja schließlich nicht gesagt. Zurück im Roten Bergfried bricht Viserys im Königshof erst mal zusammen. Ja, gibt's nichts weiter zu zu sagen. Wir wissen ja, dass er am Auseinanderfallen ist. Alicent beordert dann erst mal Sekriston zu sich, um ihn über die Nacht von Rhaenyra und Dämon auszufragen und hier ist, denke ich, einer der besten Punkte, um das Thema Zeitsprung zu besprechen und zwar ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zeitsprung so unfassbar groß ist. Der kann höchstens, allerhöchstens ein paar Wochen betragen, weil so an und für sich hat sich nichts großartig geändert, weil wenn das mit Dämon und Rhaenyra jetzt noch aktuell ist und Otto Hohenturm erst in dieser Folge Königsmund verlassen hat, dann kann der Zeitsprung nicht höher als ein paar Wochen gewesen sein, weil das auch ungefähr die Zeit gewesen wäre, die Dämon gebraucht hätte, um per Schiff oder per Drache ins grüne Tal zu kommen und seine Ehefrau umzubringen. Deswegen, wie gesagt, der Zeitsprung kann nicht sehr hoch gewesen sein, es muss einer der kleinsten Zeitsprünge überhaupt gewesen sein in dieser ersten Staffel bisher. Naja, jedenfalls fragt Alicent Christon Kraut über das Ganze aus und sie drückt sich ein bisschen sehr vage aus, also von wegen sie wüsste, dass es in der jugendlichen Hingabe und so weiter sich nicht geziemt und dass sie die Zugendhaftigkeit nicht in Frage stellen würde. Sie wollte Christon Kraut eigentlich befragen, ob er Rhaenyra gesehen hat, wie sie aus der Stadt zurückkam, was er ja hat, aber Christon Kraut, der Vollidiot, gibt natürlich erst mal zu, dass er derjenige war, der mit Rhaenyra geschlafen hat. Ist, finde ich, ein bisschen cheesy, das Writing, also es, das hätte man auch anders regeln können, aber, ja, gut, meinetwegen, es ist, es ist nötig, dass Alicent das erfährt für den Plot, deswegen, ja, gut, kann man, kann man unter dem Druck, unter dem Ser Christon steht auch irgendwie verstehen, nichtsdestotrotz, ich finde es, wie gesagt, ein bisschen cheesy, aber, na schön. Christon gesteht dann eben halt seine Verbrechen, Alicent behält es erst mal für sich, Dämon ist jetzt in ihren Augen scheinbar geläutert, oder unschuldig, oder irgendwie sowas, keine Ahnung, aber, naja, jedenfalls, nächste Szene, Viserys wird behandelt, sein Arm sieht absolut scheiße aus, den müsste man, glaube ich, abschneiden, wenn man den noch retten will, die Infektion aus Folge 1, die er jetzt seit 4 Jahren, oder ungefähr 4 Jahre, mit sich rumträgt, ist richtig schlimm geworden, und, äh, ja, es kommt mir auch bisschen komisch vor, dass hier Großmeister Melos, der schlägt eine Blutegelbehandlung vor, eine ganz normale, aber ein gewisser Meister Orville, der scheinbar ein Schüler von Melos zu sein scheint, der hier auch das erste Mal benannt wird, der schlägt eine andere Behandlung vor, nämlich, was hat er gesagt, Kräuterwickel oder so ähnlich, die er auf Viserys Arm tun möchte, um die Infektion zu behandeln, Orville lehnt das allerdings ab, obwohl er zu Wissen scheint, als Meister sollte er das wissen, dass diese Behandlungsmethode besser ist, und dass seine Egelbehandlung nicht so wirklich wirksam ist, und da kommt einem natürlich schon so die Idee von wegen, möchte Melos möglicherweise aktiv mithelfen, dass der König früher stirbt? Ich würde diese Theorie jetzt einfach mal in den Raum stellen, also, wir haben ja in der ersten Folge schon gesehen, dass Melos eine Schriftrolle von Otto Hohenturm gekriegt hat, ich bezweifle, dass da das drinne stand, aber es ist schon ein bisschen seltsam, dass er diese Behandlungsmethode ablehnt, obwohl er dem König eigentlich helfen soll. Wir wissen natürlich nicht, ob diese Behandlungsmethode wirklich sinnvoller wäre, aber so wie Orwell es rüberbringt, scheint es schon so zu sein. Deswegen, vielleicht ist Melos hier deutlich involvierter in dieses ganze Spiel um den Thron, als man zu denken scheint. Die Szene geht dann so weiter, dass Viserys komplett in seinem Schmerz ergeben und sich seiner Schwäche hingebend Lionel Kraft fragt, wie man sich denn an ihn erinnern wird und was man über ihn schreiben wird. Ist in Viserys Zustand eine wichtige Frage zu, die man stellen könnte oder müsste? Er weiß ja eindeutig, wie schwach er ist und dass er nicht mehr lange leben wird. Und hier kommt ein interessantes Zitat von Lionel Kraft, was auch so ganz gut Viserys Herrschaft zusammenfasst. Ist es nicht besser in Frieden zu leben, als nach dem Tod besungen zu werden? Und ja, keine Frage, das ich persönlich würde das auch besser finden, aber so funktioniert das mit dem System der Gloria um den König nicht wirklich, denn wenn ein König keine Eroberung durchführt oder keine Macht demonstriert, dann wird er nicht gefürchtet und wie sagt Machiavelli so schön, es ist besser gefürchtet, als geliebt zu werden und ja, das trifft auf Game of Thrones sehr stark zu, deswegen es ist schwierig Viserys zu bewerten als König und man sagt ja immer, er ist ein guter Mann, aber ein schlechter König und bei eins kann man ihm nicht absprechen, er hat die Regentschaftszeit von ihr Heeres dem Ersten durchaus gut weitergeführt, keine Frage. Nun gut, nächste Szene, Seerauch und Meleis, die beiden Drachen, fliegen durch den Himmel in der Schwarzwasserbucht, begleitet von der Velaryon-Flotte, die wirklich ziemlich groß ist, hat so ein bisschen was von der eisernen Flotte aus den späteren Staffeln von Game of Thrones, die kommen in Königsmund an und die Hochzeitsfeier oder besser gesagt der Empfang der Hochzeitsfeier beginnt. Sir Harold Westerling, der Lord Kommandant der Königsgarde, sagt die ganzen Lords und ihre Gefolgschaft an, während sie durch das Tor schreiten, darunter zuerst die Lannisters und die Hohenturms und später auch die Velaryons, die ihren Einzug auf dieser Feier in aller Prächtigkeit machen. Vorher allerdings ist Jason Lannister noch vorher am Königstisch oder am Haupttisch und diese Hochzeit erinnert mich vom Layout so ein bisschen an die Hochzeit, die wir in Witcher 1 oder besser gesagt Witcher Staffel 1 gesehen haben, wo es ja um die Hochzeit von Pavetta ging, aber nichtsdestotrotz Rhaenyra und Jason Lannister die roasten sich so ein bisschen gegenseitig Jason macht irgendwelche Witze über Frauen und Rhaenyra sagt ihm durch die Blume, dass sie ihn abstoßend findet und dann kommt wie gesagt die Einschreitung des Hauses Velaryons die nehmen ebenfalls Platz an der Tafel des Königs Tafel des Königs war das was ich sagen wollte und danach kommt noch ein Feiergast und zwar Dämon der kommt ganz alleine der spaziert da in den Thronsaal hinein wie der Joker von Westeros und der Joker von Westeros ist glaube ich eine ganz gute Umschreibung für Dämon alle Augen sind auf ihn gerichtet und keine Sau fasst es dass er es schon wieder wagt hierher zu kommen und Viserys kann sich nicht dazu durchringen ihn anzusprechen und lässt ihn einen Stuhl bringen womit er ebenfalls an der Tafel des Königs Platz nehmen kann einfach so ohne Gegenwehr Viserys hält anschließend eine Rede wo es um die Zusammenarbeit und die Verbindung des Hauses Velaryon und der Targaryens geht er wird allerdings von Alicent unterbrochen die bisher noch nicht auf der Feier war und zwar hat sie sich ein neues Kleid angelegt sie trägt jetzt wieder full on grün bis dato hatte Alicent ja immer die Farben der Targaryens getragen weil sie ja nominell eine Targaryen ist aber jetzt ist sie wieder im Hohenturm Modus und identifiziert sich auch wieder vollständig als ein Mitglied des Hauses Hohenturm und nicht mehr des Hauses Targaryens und die beiden Kraft Brüder die reden in ihrem oder in dem selben Atemzug als Alicent reinkommt darüber wie das Leuchtfeuer von Alsace erstrahlt wenn es Krieg gibt und zwar in der Farbe Grün und da stelle ich mir jetzt die Frage wenn die in Alsace Krieg haben zünden die dann Seefeuer auf dem Hohenturm an oder wie schaffen die dass das das Grün brennt naja naja jedenfalls ist Alicent jetzt da und sie begrüßt Rhaenyra sehr distanziert mit Stieftochter nicht mehr mit ihrem Namen oder mit Prinzessin oder irgendwie sowas sondern mit Stieftochter Viserys führt seine Rede dann fort und er kündigt ein zweites Zeitalter der Drachen in Westeros an und das kann man durchaus so bestätigen besonders mit der Generation an Targaryen Kindern die jetzt noch kommen wird das sehr interessant wie viele Drachen Reiter es da noch geben wird und vor allem wie viele Drachen dann insgesamt durch Westeros streifen ich hab das ja schon in meinem Welche Drachen erwarten uns im House of the Dragon schon gesagt Dem folgt eine sehr lange Tanzszene die eigentlich nur dazu dient hin und wieder so kleine Seitenszenen zu haben die das politische Chaos erklären und die Intrigen weiterführen so wie das auf den ganzen Hochzeiten halt immer ist Gottfried Lonnmund identifiziert erst einmal also es ist jetzt ein bisschen außerhalb der Reihenfolge ich hab das jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge im Kopf Sir Gottfried Lonnmund identifiziert erst einmal Christon Kraut als den Liebhaber von Rhaenyra weil sie beim Tanzen die ganze Zeit zu ihm blickt genauso wie Länor die ganze Zeit zu ihm blickt beim Tanzen und ja er konfrontiert ihn dann ein paar Szenen später und sagt ihm von wegen Länor bedeutet ihm viel genauso viel wie Rhaenyra ihm bedeutet und sie sollten zusammenarbeiten dass dieses Geheimnis gewahrt bleibt und dass sie beide beschützen können aber das gefällt Sir Christon rein gar nicht warum das sehen wir gleich noch und währenddessen wird Dämon der an der Königstafel sitzt von einem Gerold Royce den wir auch in der ersten Szene mit Rhea Royce schon mal gesehen haben beschuldigt Rhea umgebracht zu haben was er ja auch hat Dämon ist so oh no anyway und sagt was Dämon so sagen würde er fragt erst mal Gerold ob er ihm was gestehen möchte ob er daran schuld ist aber Viserys hat also Viserys mischt sich da gar nicht ein aber dann droppt Dämon was ganz interessantes können wir denn über mein Erbe sprechen oder so ähnlich also dadurch dass Rhea ja die Erbin von Runenstein war müsste der Anspruch auf Runenstein auf Dämon übergehen so sagt er zumindest und ja das ist eine sehr schöne Ablenkung sag ich mal so das lenkt die Schuld von Dämon sehr stark ab und es ist sowas wirklich was nur Dämon sagen würde das ist so so richtig arschig und trotzt ihm total und das ist Wahnsinn und er sagt von wegen dass er einer gewissen Jane Arryn also den Nachnamen sagt er nicht er sagt nur Lady Jane in hohen Ehr das Ganze vorbringen wird woraufhin Ser Gerold geht und hier muss ich mal kurz ein kleines Gerücht in den Raum werfen was es schon seit einiger Zeit gibt zu House of the Dragon und zwar geht das Gerücht um dass Elizabeth Olsen also die Schauspielerin von Wanda Maximoff für Staffel 2 von House of the Dragon gecastet wurde und ich habe mir schon so ein bisschen überlegt als wer sie denn auftreten könnte ich würde mir vorstellen dass sie nur einen kurzen auftritt hat weil Olsen wahrscheinlich ziemlich teuer ist und wenn sie diesen kurzen auftritt hat dann wird sie ihn höchst wahrscheinlich als Jane Arryn haben als die Lady vom grünen Tal oder die Witwe vom grünen Tal ich warum ich das denke kann ich jetzt mal so Jane Arryn wäre für mich sowohl alterstechnisch als auch aussehenstechnisch und auch serienkanon technisch die einzige frau die für mich in frage kommt wenn es um Elisabeth Olsen geht auch was ihr eigenes alter betrifft und hier nochmal ein kleiner einschub zu dem ganzen ich habe nochmal ein bisschen nachgeforscht und es gibt tatsächlich auch gerüchte dass im gleichen atemzug wie Elisabeth Olsen auch Henry Cavill also der Schauspieler von Geralt und Superman in Staffel 2 vorkommen könnten es gibt sogar schon gerüchte zu den potenziellen rollen die die beiden besetzen könnten nämlich steht für Elisabeth Olsen eine rote priesterin und für Henry Cavill eine ältere version von Aegon Targaryen im Raum also dem Sohn von Alicent ich glaube ich werde meine Gedanken zu diesem Gerücht nochmal in einem separaten Video äußern habe ich ja mal weiter im Text aber ja wie gesagt das ist nur ein Gerücht und ich bin mir ziemlich sicher dass wir Jane Arryn irgendwann auch sehen werden ist die Frage ob es dann eine Jane Arryn von Elisabeth Olsen sein wird aber das ist ja erstmal noch nicht wichtig es dauert ja noch ein bisschen bis wir Staffel 2 bekommen Daemon begibt sich dann auch aufs Tanzpaket und tanzt erstmal eine Weile mit Lady Lena Velaryon welche ja kleiner Spoiler für die nächsten Folgen oder Staffeln vielleicht sogar nee eigentlich Folgen es müsste noch diese Staffel passieren jedenfalls kleiner Spoiler bezüglich der Bücher er wird also Daemon wird Lady Lena in Zukunft heiraten und mit ihr dann auch zwei Kinder zeugen deswegen das ist hier vielleicht so der kleine die kleine erste Anbandlung für das Ganze Lady Lena ist ja auch in den vier Jahren seit wir sie in Folge eins oder in Folge zwei das erste Mal gesehen haben durchaus auch herangereift Daemon geht dann direkt auch schon weiter und spricht mit Rhaenyra nachdem sie gerade mit Serhavin Kraft getanzt hatte natürlich sprechen die beiden wieder auf Valyrisch damit sie keiner versteht auch wenn Viserys eindeutig mitbekommt dass die beiden miteinander sprechen und Rhaenyra fordert Daemon heraus sie mitzunehmen und zu seiner Frau zu machen was ich interessant finde zeigt ja dass Rhaenyra durchaus nicht nein sagen würde wenn Daemon sie aus diesem ganzen Pflichtgemenge herausholen würde und ich habe kurzzeitig als die Szene wegblendet habe ich gedacht dass Daemon in dem ganzen Getümmel der Leute jetzt Rhaenyra tatsächlich mitnimmt tut er aber nicht denn jetzt bricht erstmal Chaos aus irgendwie schreien Leute herum und man sieht nicht was passiert aber als sich das ganze gelichtet hat sieht man dass Christon Kraut und Gottfried Lonnmond sich zu prügeln scheinen und Sir Christon schlägt auch Lena eins in die Fresse und er schlägt Lonnmond das Gesicht zu Brei also buchstäblich er trümmert ihm das richtig mit seinem Panzer Handschuh ein das war auch diese Schlag Szene die wir aus den Trailern kannten das ist ziemlich brutal und nichts für schwache Nerven ein kleiner Einspieler an der Stelle noch weil mir das jetzt erst beim Bearbeiten des Videos aufgefallen ist als Christon Kraut Sir Gottfried einfach so zu Tode prügelt es ist schon ein bisschen seltsam dass er da einfach so ohne Konsequenzen scheinbar rauskommt und es ist auch eigentlich ziemlich komisch warum er das überhaupt tut weil eigentlich ist ja sein Geheimnis nicht raus es war ja nur eine Provokation von diesem Lonnmond ich finde das jetzt nicht schlimm dass der gestorben ist es ist halt bloß ein bisschen seltsam dass da erstens keiner eingreift und zweitens dass der Christon scheinbar keine Konsequenzen davon trägt und die Königin ihn dann auch noch alleine einfach so aufsuchen kann nachdem er gerade einen Ritter in aller Öffentlichkeit umgebracht hat also ich will hoffen dass es dafür noch Konsequenzen für Christon gibt sonst kommt mir das ein bisschen sehr seltsam vor und sehr dem Plot zugrunde liegend also das ist ein bisschen seltsam Renira ist in dem ganzen Chaos ein bisschen sitzt sie fest und ist an der Seite gefangen und Leonel Kraft schickt dann halt seinen Bruder seinen Sohn und Harvin zeigt erst mal wie stark er eigentlich ist und bahnt sich seinen Weg durch die ganzen Menschen Massen und nimmt Renira auf die Schulter und bringt sie zurück und währenddessen während das ganze sich entfaltet zeigt Viserys mal wieder dass er komplett entscheidungsunfreudig ist und nicht eingreifen kann er wird nämlich von Nasenbluten geschwächt und vermag nicht zu reagieren bis Lonmond komplett niedergeschlagen also buchstäblich ist und kurz darauf schon kommen die letzten beiden Szenen zwar hat Christon Kraut eine Entscheidung gefasst er geht in den Götterhain legt seine Rüstung ab und entblößt seinen Bauch schniet sich hin und hält sich ein Messer dran und wem das jetzt schon bekannt vorkommt das kommt mir ein bisschen so vor als wollte er Seppuku begehen weil wer das nicht kennt Seppuku ist ritueller japanischer Selbstmord wo man sich den Bauch von links nach rechts aufschneidet und sich dann von einem sogenannten Kaisha Konin köpfen lässt das Köpfen lässt Christon Kraut hier scheinbar weg aber das Bauch aufschneiden hat er trotzdem vor davon hält ihn Alicent allerdings ab und scheinbar ist das hier wohl der Beginn einer Allianz zwischen den beiden was ich interessant finde dass Alicent ihn hier quasi vor dem rituellen Selbstmord bewahrt hat hätte ich ja interessant gefunden hätte er das jetzt wirklich getan und ich muss sagen ich habe zwischenzeitlich auch kurz damit gerechnet dass es tut aber schon direkt in der nächsten Szene ich weiß nicht ob das jetzt diese sieben Tage die Viserys verkündet hatte nach der Hochzeit ist oder nach dem Empfang ist weil die ganze Halle ist das Essen ist noch auf den Tischen und es scheint noch alles recht frisch zu sein kommt mir ein bisschen so vor als hätten sie so schnell wie möglich den Septon geholt damit die beiden so schnell wie möglich heiraten können die sehen auch beide noch ziemlich fertig aus also Lena und Rhaenyra deswegen ich bin mir nicht hundertprozentig als sie ihren Eheschwur leisten beide sind komplett fertig und beide sind mit der Gesamtsituation komplett unzufrieden aber sie sie wollen das beide nicht aber sie wissen dass sie ihre Pflicht erfüllen müssen das sieht man eindeutig und ganz lustig sobald der Eheschwur vollzogen ist fällt Viserys zusammen also buchstäblich er fällt in sich zusammen ihm fällt auch die Krone vom Kopf und ist denke ich mal erst mal bewusstlos ich glaube nicht dass Viserys schon tot ist das wäre glaube ich etwas zu viel jetzt schon aber er ist auf jeden Fall so stark geschwächt dass es jetzt nicht mehr zu verbergen ist möglicherweise wird der nächste Folge im Rollstuhl sein oder irgendwie sowas und ja die Folge endet mit einem Shot auf eine Blutlache wo eine Ratte dran beginnt zu trinken und wenn das keine Symbolik ist dann weiß ich auch nicht ich persönlich hätte es noch gefeiert wenn es einen kurzen Shot gegeben hätte wo Rhaenyra und Alicent sich niedergekniet hätten und beide gleichzeitig die Krone von Viserys angefasst hätten das hätte hätte auch noch einen schönen symbolischen Wert gehabt und vielleicht ein kleines Foreshadowing geben können aber dazu sage ich mal nicht viel mehr und ja das war die Folge ich fand sie sehr gut außer diese eine kleine Szene mit Zerkriston wo er das Alicent gestanden hat das hätte man besser lösen können ich weiß jetzt zwar nicht wie aber find es wie gesagt ein bisschen cheesy die Hochzeit war sehr schön inszeniert ich mochte die Kleidung sehr von den ganzen und auch Rhaenyras Frisur finde ich sehr kreativ und sehr passend für sie und auch das ganze drumherum also die Musik die war schön und die ganzen Kostüme die Location sowieso also Königsmund der Thronsaal immer schön zu sehen auch die Gespräche und die Einführung von Laris Kraft das war sowieso super und ich bin wirklich gespannt wie das jetzt alles noch weitergeht und vor allem wie es denn jetzt mit dem Zeitsprung weitergeht weil nächste Folge haben wir die erwachsene Rhaenyra und die erwachsene Alicent und ich bin wirklich gespannt wie das ausschauen wird und wie es dann mit den beiden und dem Königreich an sich weitergehen wird aber ja ansonsten wir sind mit dieser Folge durch und ich freue mich auf die nächste ich freue mich auf Emma Darcy und Olivia Cook als Alicent und Rhaenyra und ich muss wirklich ein sehr großes Lob an die jungen Schauspieler aussprechen an Millie Alcock und Emily Carey die haben das wirklich sehr gut gemacht und haben was schauspielerische Leistungen betrifft wirklich meinen größten Respekt verdient und die haben glaube ich von vielen Leuten die Erwartung übertroffen also das sind wirklich die beiden werden glaube ich noch große Karrieren in der Schauspielerwelt vor sich haben jetzt mit diesem Debüt was sie in House of the Dragon hatten ich bin mal gespannt ob Emma Darcy und Olivia Cook das Ganze gut weiterführen können die beiden Damen sind ja doch Thrones ist die neunte Folge immer sehr wichtig und ich bin sehr gespannt wie das hier geregelt wird und ja das war die Folge für diese Woche und das war auch meine folgen besprechung für diese Woche ich danke euch fürs zusehen und es ist mal wieder viel zu lang geworden für meinen Geschmack aber nichts desto trotz ich bedanke mich wie gesagt fürs zuschauen und wie gesagt wenn euch das gefallen hat dann würde ich mich auch sehr über ein Abo oder ein Like freuen habe ich am Anfang schon gesagt und wir sehen uns nächste Folge wieder und nächste Woche wenn die sechste Folge kommt und bis dahin auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal